So Leute, willkommen zurück. Technischer Fortschritt. Wir können weiter forschen. Diese Meldungen nerven mich den ganzen Tag. Die nerven dich. Na klar. Lass euch davon schüren, wenn ihr das hört. Ui. So. Okay. Was ist denn das? Scheiße. 20 Jahre. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Was war so Admiral? Ja, nein. Das ist General. Hier ohne Brauch mit so ein Stückchen. Ja, das ist das Späste. Das Späste? Das Späste? Ja, du bist nicht Spaß. Das war's. Ein Problem damit? Hast du hier in Hafen? Du bist ein Spaschi. Ja, das ist ein Hafen. Ja, das ist ein Hafen. Ähm, hier könntest du nämlich noch einen Handel erforschen, der noch nicht benutzt ist. Ich hab, hier kann ich keine Handel zu machen. Oh, schade. Du bist schade. Ja, scheiße. Ich weiß. Scheiße. Ich hab's. Scheiße. Ich hab's. Ist das auch mal ein Schrei. Ich hab's. Ja, was. Interessiert uns. Wir reichen dir so oder so. Hier unten. Ja, ja. Super. Ja, wir haben ja auch schon ausgerottet. Das sind kein Problem eigentlich. Das ist ausmaligreich. Das ist... Das hab ich schon mal ausgerottet. Ja, das hab ich bei Empire auch schon gemacht. Oh mein Gott. Die wollen uns wohl wieder mal auf die Märte gehen. Na klar. Na ja. Ach so. Oh Mann. Was ist los? Oh scheiße. Ich weiß nicht, wo die das kommt. Wo kommt das? Meine Mutter. Ach so. Ist nett. Okay. Okay. Ach so. Okay. Was bauen die denn hier? Ich würde mal sagen, die zu mir sind die Meister. Ja. Kavallerie hast du ziemlich viel. Also brauchst du nicht mehr. Vielleicht noch eine von diesen komischen Scharfschützen da. Ja genau der. Nein, ich brauche den beiden eins. Ja, von dem hast du nur eins. Ja, von dem hast du nur eins. Du hast recht. Dann kannst du lieber schon angreifen. Ja. Ja. Oh, Spanien, die ich sie verabscheue. Wenn man die Kampagne hat, geht die darum, dass du ihn habt von einer gewissen Rundenanzahl, äh, gewisse Anzahl von Sekretorien erhobern musst, oder? Ja, wir haben viele Jahre. Aber kann man, kann man nachher noch weitermachen? Ach so, schon, oder? Ja, schon. Ich glaube nach, kann man, weil ich konzentriere mich eigentlich nicht auf den Scheiß. Ich rufe einfach was später. Werd ich. Ja, warum soll ich mich darum kümmern? Ja eben. Scheiße. Das kann man immer noch später machen. Also mein Ziel ist, dass ich die ganze Karte beherrsche. Provinz Spanien? Bissensal Spanien. Genial. Genial. Genital. Das müssen wir ja genital machen. Das müssen wir ja alle sauber werden, weil ja... Oh mein Gott. Deshalb habe ich ja Russland kennengelernt. Die haben am meisten Starprovinzen gehabt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 29 pro Jahr. Das sind ja noch 7 Jahre Zeit. Das finde ich so komisch. 7 Jahre Zeit noch. Kriegst du an? Ähm, hast du ein Spielungsfeld? Ja, hab ich. Äh, die haben nur 2 Pateriode da drin. Aber nein, sie werden noch mit Bürgern kommen. Ja, stimmt. Das hat bald ein bisschen. War noch... Na, auch, Mann. Das kann gerne werden. Du hast nur noch 102. Von der Währung. Die nicht kann ich einen Einheiten machen? Ne, aber wenn du das Gebautes bekommst du noch mehr Einheiten. Das sind die Runden wahrscheinlich noch eingerechnet, die es braucht auch zu bauen. Vielleicht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde, Leute. Hoffentlich passiert mal was. Das ist langweilig. Ja, was. Wir haben hier was. Was bedeutet dieses auch? Ach so, Spielnase. Was bringt das eigentlich nichts? Spielnase, genau. Bringt das was eigentlich nichts? Ja, klar. Ja, scheiße. Wir haben hier einen Ried. Und die haben uns den Hafen geklaut hier. Das war klar. Oh. 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 Das war eine Grunde genommen. Ja. Ja, die Mutter ist reingekommen, das ist nichts. Ja. Ich hätte vielleicht noch öfters gefragt. Aber es ist uns eigentlich egal. Wir haben hier kurzerhand die Schifferausgabe aufgenommen. Mit einem kleinen Trick. Den ich Ihnen gezeigt habe. Ja, danke schön. NP. Ähm, du hast noch zwei Provinzen, die keinen Steuern bezahlen übrigens. Ach, ja, ja. Die könntest du noch. Oh, kann ich wieder machen. Null. Ja, das ist gut. Gefällt mir. Und du hast noch einen mit 56, aber die könnte jetzt auch mehr schon geben. Das ist überhaupt... Nein, vier, ja. Ist immer noch... Naja, egal. Schau mal nach, gehen wir nach Politik und sehen nach, ob es rot ist. Alles gut. Das ist aber grün. Grün? Uh, ja. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht so. Nein, scheiße. Aber immer wieder etwas. Okay, wie ziehst du schon mit Geld aus? Scheiße. Aus irgendeinem Grund ist unser Handel total eingebrochen. Aber vielleicht kommt es in der nächsten Runde wieder zurück. Also, wir sehen uns danach. Tschüss. Welcome back. Dankeschön. Bitte. Danke. Parzival. Dumbledore. Dumbledore. Jetzt ist ein Spion. Yay. Hey. Jäger oder was, wie auch immer. Oh, Panaus, Garnison, nicht jetzt unser Geld wieder da. Ja, es ist wieder da. Boah, wir sind die beste. Oh, breit aus. Oh, breit aus. Ja, nicht sehr gut. Wir sind ja nicht bei Facebook. Ja, doch, wir sind bei Facebook. 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 Ich brauche menschlichen Kontakt. Ja, nein. Protokoll. Protokoll Stockspur. Ja, nein. Wir müssen lieber reden Spanien. Spanien können wir nicht alleine fertig machen. Eigentlich schon. Nein, nein. Der muss uns einfach sein. Du hast recht, du kannst eher nicht ganz locker fertig machen. Wie viele Batailleo aus Hurlben bekommen Sie eigentlich? Nein. Genau, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 das ist ein Truppes. Das ist ein Truppes. Das ist ein Truppes. Das ist ein Tupter. Die haben viele Truppen. Oder was meinst du? OMG. Matrix können wir nicht anfangen, muss. Ist das, Matrix? Ach so, ja, das ist etwas ganz spannendes. in dieser Provinz. Müssen wir wirklich Madrid erobern? Oh, Mann. Madrid ist Wetten verdammt stark. Na klar. Barcelona. Und die Pamplona ist spul. Und dann haben sie noch das hier. Das müssen Kopfschmerzen. Wie können wir kommen? Wie werden wir da hinkommen? Wie werde ich da hinkommen? Wie bin ich da hinkommen? Uah, warte. Ich will kurz schauen, wenn es soll so werden. Ich schaue das nicht. Ach so, aber bei Empire gibt es das auch, was ich sehe, das hier kenne ich nicht, oder gibt es die doch? Ich weiß gar nicht. Doch die gibt es, glaube ich, auch eh. Ich muss nachschauen. Ich werde nachschauen bei meinem LP. So, ich habe mir keinen Handelsschiff, sonst kann ich das Elfenbein hier holen. Elfenbein ist sofort dann viel wert. Ja, dann, wie lange dauert das noch? Also kannst du ja auch keine Handelsschiffe bauen? Nein. Ich weiß nicht. Schalocken kann sich eher. Nee, das ist doch nicht. Wer will das schon? Dann machen wir irgendwo am anderen Ort Handelsschiff und... Das wird auf dem Weg heißen. Na klar. Wollen wir wetten? Nein. Wetten, weil wir wetten. Wetten, dass du stirbst. Na klar. Warum? Warum? Warum nicht? Der muss jetzt einfach kommen und tut mir leid. Warum bist du so dämlich? Was? Warum bist du so dämlich? Was soll ich das nicht? Na das ist... Ich sag mal das jetzt. Was? What the fuck? Die können hier auf hoher See Schiffe rekrutieren. Na klar. Wahrscheinlich wegen dem General. Hey, überhört das. Sollen wir überfallen? Und das ist ein Ed-Arts-Miral, kein General. Sollen wir Admiral, hab ich gedacht. Ein Generaler Admiral. Sollen wir... Genialer. Genitaler. Sollen wir hier angehen? Das wäre scheiße. Das wäre Spockscheiße. Wir holen die hier raus und schicken die Kanonen rein. Die Kanonen sind so scheiße. Die bin hier doch niemand. Außer du. Ich mag ja nichts. Diese Runde passiert schon. Nein, nein. Weil du was ich mag. Ich bin auch gekommen. Danke schön. Äh. Nationalgarde, die Schwulen und die sind scheiße. Genialer. Das sind wir gerade hier nicht zusammen. Ui. Und die Kanonen. Das ist immer gut. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, wir sehen uns dann nach dem Nachschirm. Ja, würde ich schon sagen. Aber du bist danach. Leute, wir sind wieder da. Mitten im Gefecht. Oh, die ist gleich wieder. Vielleicht ist das mit der Karte. Ja, über die Karte ist das gleich. Ich hoffe, das war's. Wir haben die Badgekarte. Das ist alles Synchronisation oder wie das hat. Das ist der Scheiße. Und jetzt geht's. Okay. Oh, ich hoffe, dass es geht. Sonst bist du eigentlich nur du, Schulz. Ja, klar. Ja, ist immer gut. Wenn anderen die Schulz zufügen, muss ich... Attacken? Ja, wir lassen sie kommen, würde ich sagen. Ja, aber du musst die Aufstellung noch berenden. Ja, nein, warte. Ich habe eine bessere Idee, wie wir das machen können. Ähm, hast du Kavallerie? Ja, ich habe Kavallerie. In die Flanken damit. Ja, habe ich dir schon getan. Danke. Please. So, wir machen... ...ein schön lange Bordchen. Ja. Wir können mehr schießen nach einmal und... ...weniger werden getroffen. Und der General geht jetzt auch ein bisschen nach hinten. Ist und so, wenn er noch einen Schuss getroffen ist. Mir nämlich auch schon passiert. Er ist nicht gestorben, aber ein... Äh... Ja, wie sagt man das? Der General, sag ich immer, ähm... ...mit dem Pferd, oder? Ja. Schade. Schade.